So, noch ein weiterer kommentierter Key. Spires of Ascension steht an und das ist aus der Sicht eines Tanks, aber wir gehen nicht auf den Tank ein. Den kommentierten Garden Druids haben wir schon. Wenn ihr euch also darum interessiert, dann guckt ihr unten in die Kanalbeschreibung und dann werdet ihr den Befehl dafür finden. Es geht jetzt darum, wie man am besten vor allem in dieser Instanz darauf aufpassen sollte, wie diese Instanz funktioniert, auf welcher Puls man achten sollte. Natürlich hat der Tank immer die größte Verantwortung. Allerdings sind auch die Dees und Heiler gut daran zu wissen, was die Mobs machen, damit ihr auch immer euren Tank dabei unterstützen könnt. Und ja, wir fangen erst an. Das erste, was wir machen und was ihr auch machen solltet bei jeder Instanz, ist zuerst mal Mythic Dungeon Tools zu installieren, denn man kann sich vorbereiten auf die Bosse, was ihr auch machen solltet durch das Compendium. Da könnt ihr auf dann Dungeons gehen und durch Spires of Ascension solltet ihr euch, und das ist wirklich das Mindeste, was ihr machen solltet, einmal diese drei, vier Sätze durchlesen, die die Mobs können pro Boss. Das ist, also die Mindestvoraussetzung machen viele nicht. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, lest euch wenigstens die Boss-Abilities durch. Hier habt ihr sie auf dem Silbertablett. Für die Trashs habt ihr das nicht. Und deswegen gibt es dafür das Addon Mythic Dungeon Tools. Dann öffnet ihr das, sucht euch die Inni und das ist eigentlich ein Addon, um eine Route sozusagen zu planen. Aber, was auch schön ist bei den Addons, wenn ihr rechts klickt auf die Mobs, dann seht ihr auch alle Informationen. Wie viel HP haben sie im 15er? Was sind sie für eine Kreaturtyp? Auf welche CCs reagieren sie? Und vor allem, was können sie casten? Und hier seht ihr dann dementsprechend schon Informationen, was denn deren Casts sind. Die haben halt eine Doktrin, das ist ein Cast, der heilt. Die haben eine Waffe, die sie sich geben können. Die kann man dann purgen, sprich die Magie-Effekt entfernen. Kann jemand hier einen Magie-Effekt entfernen? Ja, der Minz-Pulver. Der kann dann Spellstealen, dann fällt diese Waffe auf den Boden. Wenn einer dann diese Waffe aufnimmt, wird er für jeden Midi-Hit, den er macht, nochmal einen magischen Effekt dazu machen. Das heißt, er sollte am besten ihn ein Midi aufnehmen. Ich bin der einzige Midi. Das heißt, wenn Minz-Pulver gleich von diesem Caster, von dem Mind-Bender, und wo steht er? Da ist der Mender. Der hier ist das. Das sind diese Vögel hier. Wenn der seine Waffe castet, dann kriegt er einen Buff hier oben, das wird dann gepurcht, landet auf dem Boden und dann kann jeder rüber, der mit dem Midi zuhaut. Wenn ihr keine Midis habt, sollt ihr Tank machen oder halt zum Beispiel einen Paladin oder einen Mistweaver natürlich. Die hauen ja auch Midi zu. Für die ist es auch fein. Also wisst ihr schon, was hier die Mechanik ist bei dem Mender. Und das könnt ihr euch mehr oder weniger für alle Mobs euch angucken, welche Casts wichtig sind, was das macht überhaupt. Ist es ein Fonzel, ist es ein Targeted-Effekt? Was kann der Dicke hier? Das will ich euch jetzt schon mal sagen, damit wir uns gleich auf den Boss, weil wir werden direkt Big Pullen vorbereiten können. Der Dicke hat zwei Fähigkeiten. Fähigkeit Nummer 1 ist die wichtigste Fähigkeit, die Rebellious Fist. Da macht es einmal Bumm auf dem Boden und jeder kriegt Damage. Das muss unterbrochen werden. Wenn wir gleich pullen, ist das die 1 April. Alles andere ist unwichtig. Das muss unterbrochen werden. Und darauf achtet ihr. Das zweite, was er macht, er kniet auf dem Boden und chillt so ein bisschen und verschnauft ein bisschen und hat so lange ein Schild. Und das ist normalerweise gar kein Problem, weil das ist immer gut, weil dann werden wieder die Kicks ready für das nächste Mal, wenn er auf dem Boden stampfen möchte. Aber diese Woche ist das ein Problem. Und das ist der zweite Tipp. Guckt, welche Affixer aktiv sind. Diese Woche haben wir Sanguine und Necrotic. Sanguine ist diese Giftfläche, die die Leute hinterlassen und die Mobs heilen sich. Wenn wir jetzt schon wissen, dass der zwei Fähigkeiten hat. Ein Kick und einmal der chillt auf dem Boden, dann wissen wir auch, dass nicht nur der Tank, auch alle DDs, die zum Beispiel Knockbacks haben, wie Typhoon. Ich kann actually mal auf Balance Affinity gehen hier, damit ich auch Typhoon habe. Balance Affinity, zack. Und ich habe automatisch in Bärform einen Typhoon und kann die wegschleudern. Also achtet man darauf, nicht nur ihr als Tanks, sondern auch alle anderen, dass wenn ihr wisst, aha, da ist ein Mob, der ist kurz davor zu sterben, aber er kann gleich in die Knie gehen und hält sich dadurch dann wieder doppelt voll, weil er halt auch die Sengenfläche bekommt. Wenn ihr wisst, was die Mobs können, ist sowas kein Problem. Eure Route und euren Playsteal, eure Interrupt Prioritäten, eure Kicks und Stunt Prioritäten abhängig davon machen, was ist wichtig und welche Affixe ändern eventuell diese Priorität. Ansonsten werde ich, während wir die Mobs machen, nebenbei erklären, was wichtig ist. Wir machen einen Ready Check und dann geht es gleich los mit dem lieben Slayer, Minzpulver, Bierreste Samen dabei und TNXD auch. Ich habe keine Flasken mehr, sehe ich gerade, ist aber egal. Habe ich meine Waffe verzaubert, die ich gestern bekommen habe? Habe ich natürlich nicht. Habe ich noch ein Celestial? Habe ich auch nicht, ist aber egal, ist nur 15. Da können wir auch so. Komm, wir gehen unverzaubert, alles rein, roh rein da. Ab in den Key. Was ich auch mache immer, ich marke mich, einfach dafür, wenn es Fähigkeiten gibt, die in Richtung des Tanks gehen, dass alle anderen automatisch sehen, aha, wo steht der denn Tank? Der steht immer da, wo dieses komische Orangener Mark ist und dann geht es auch schon gleich los. Das Erste, ihr könnt Slow Pullen, würde ich euch empfehlen, aber die meisten pullen dann big. Jetzt ist die Frage auch, was wollt ihr hier pullen? Der Mender wird was casten. Ich würde euch auch empfehlen, wirklich zu warten, bis der Tank alles eingesammelt hat. Die Tanks selber natürlich gucken, dass sie hier so viel Akku aufbauen beim Laufen, wie sie können. Und wichtig ist, was haben wir gerade gelernt? Da ist diese Waffe, die kann gepurcht werden und da ist der Goliath. Und bei dem Goliath haben wir gelernt, ist wichtig, die sollen die Mobs rausziehen, wenn sie kurz davor sind zu sterben. Und diese Fists, genau, da wurde sie interrupted, sehr schön. Und was ich jetzt mache, ist auf 8 passen, okay, da sind die Mobs und ich kick sie weg. Und sehr schön, da ist irgendein Spell durchgegangen, ich habe es nicht gesehen. Noch ein Kick, sehr schöner Kick von Minz. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Necrotex aufpassen, sehr schön, okay. Also das sind jetzt viele Sachen gewesen, die schiefgelaufen sind und auch sehr gefährlich sind, weswegen ich auch vor allem in Sanguine Wochen diesen Pull nicht empfehlen würde. Oh, ich stelle gleich, sorry, mein Bad, ich habe zu viele Stacks von Necrotex. Okay, das soll kein, warte, ich habe gestorben, okay, kein Problem, ist gar kein Problem. Deswegen würde ich euch diesen Pull nicht empfehlen, ja. Wenn ihr diesen Pull macht, dann am besten ohne den, vor allem nicht in Sanguine, ohne den Goliath. Ihr habt euch genau, weil wir sind eine erfahrene Gruppe, es sind Leute mit hoher Rio dabei und trotzdem ist dieser Pull nicht so mega glatt gelaufen, weil wir auch nicht unbedingt richtig gespielt haben. Aber wenn wir das schon nicht richtig spielen, dann könnt ihr es nicht erwarten, dass ihr, also würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr nicht der Tank seid, eurem Tank in Zukunft zu empfehlen, wenn Sanguine Woche ist, ihm zu sagen, Bro, bitte, wenn Big Pull, ohne Goliath. Besteht darauf, es wird deutlich angenehmer. Wenn die Abwechser einfach sind, dann gerne auch mit Goliath, ansonsten nimmt den Goliath raus, er bringt eine deutliche Schwierigkeit rein in den Pull und sonst braucht ihr auf nichts achten. Ja, ansonsten machen wir weiter, hier oben haben wir dasselbe, wir haben einen Castigator, wir haben einen Mender, wir haben eine Vanguard. Und wenn ihr euch, da ist die Waffe übrigens, die wurde gedispellt, ich laufe drüber, die sieht nur so klein aus und zack, ich habe hier oben eine Fähigkeit und zwar für 30 Sekunden lang vier Stacks und jetzt haue ich einmal drauf, guck mal auf mein Damage und ich haue drauf, bub. Und da ist es im Good Weapon, noch ein Stack, noch ein Stack, guck mal, es macht richtig viel Damage, ja. Obwohl ich nur Auto-Attack sozusagen, hat das richtig viel Schaden gemacht. Jetzt wisst ihr auch, wie diese Waffe aussieht, die auf dem Boden landet, dann wisst ihr auch in Zukunft, aha, wenn jemand gepurcht hat oder dass ihr selber purgen könnt, dann liegt da die Waffe. Die meisten wissen nicht, wie das Ding aussieht, dann nehmt euch das einfach selber auch, auch wenn ihr Caster seid, könnt ihr zwischen den Casts einmal mit Miliswing draufhauen und dann ist es auch in Ordnung. Und diese Mobs, diese Mobtypen, der Vanguard, der Castigator und der Mender, die werden immer wieder in verschiedenen Konstellationen in Zukunft auftreten und wenn ihr genau wisst, der eine hat einen Frontal, der eine hat einen Kick und der eine hat die Waffe, die man gepurcht hat und den Heal, dann wisst ihr auch automatisch, wie ihr diese Mobs anzufangen habt oder anzufassen habt. Meistens ändern sich die Mobs so ein bisschen flairtechnisch von Boss zu Boss. Das sind jetzt die Mobs, die wir bis zum ersten Boss haben. Nach dem ersten Boss ändern sich die Mobs so ein bisschen. Varud selber sollte ja kein Problem sein, das haben wir schon mehrmals besprochen, was der kann. Das erste, worauf ihr achten solltet, ist natürlich, dass ihr euch in Gruppen aufstellt, damit ihr, wenn ihr geführt werdet, zumindest jemanden habt im Media-Range. Ich laufe mal zu euch da hinten hin. Und das zweite, was ich euch empfehlen würde, nach dem Wave of Terror euch sofort zu verteilen, so ein bisschen, damit man sofort sieht, wer es ist. Wenn ihr direkt ineinander stehen bleibt, dann ist die Gefahr hoch, dass mehr als ein Spieler diesen Cleave abbekommen. Natürlich kann man auch, wenn man sich kurz davor totstellt oder wenigstens diesen Bleed komplett entgehen, aber die Mobs selber sollten keine Schwierigkeit darstellen. Wichtig ist zu wissen, Vorsicht, ich laufe jetzt in ihn rein, habt ihr gesehen, Minz-Pulver stand jetzt draußen und hat da irgendwie rechts und links gewickelt. Ich weiß nicht warum, vielleicht wollte er dadurch das zeigen, hey Brudi, hilf mir mal. Aber wenn ihr seht, dass jemand alleine steht, dann lauft zu ihm hin, damit er nicht gefehlt wird. Das ist auch eure Verantwortung, dann auf die anderen zu achten. Ihr wollt nämlich die anderen carryen. Ihr wollt so gut sein, dass ihr die Fehler der anderen ausmerzen könnt. Und das ist eure Verantwortung auch, wenn ihr eure eigenen Key aufmacht. Hier haben wir einen Goliath, wir haben einen Vanguard, wir haben einen Castigator, wir haben noch einen Vanguard und wir haben einen Mender. Was haben wir gelernt? Wir haben einen Castigator, der zwischendurch castet. Die Vanguards machen Tank-Damage. Der Goliath hat diesen Slam auf dem Boden und den Cast, den man unbedingt, und diese Regeneration. Und der Mender hat eine Heilung und die Waffe. Mal gucken, ob wir das alles richtig spielen. Wir gehen rein, wir pullen alles. Und auch hier, ich habe kein Zudem mehr, das wird mal live. So, der wird gleich casten. Da, zack, ich habe zurückgekickt. Und jetzt müssen wir aufpassen, der Mender wird gleich seine Waffe im Viewen. Da im View wepten, da oben ist es, wird dann geparcht, landet auf dem Boden. Wo ist sie gelandet? Da hinten, glaube ich, irgendwo, ne? Einer von euch hat sie jetzt. Und da ist der Fist, der kickt, sehr schön. Was ich jetzt mache, ist auch ein Trick. Das müssen nicht unbedingt alle Tanks machen, weil das nicht so gut ist. Ich stelle mich zwischen die Mobs. Seht ihr das? Was das bedeutet, ist, dass ein paar Mobs von, oh, schau mal mit Akron, ein bisschen, Tänix. Mach mal nicht 30k. Bitte guckt mal, dass während kommentierten Keys ihr niemals über 15k Damage macht. Das ist wichtig, wichtig. Damit wir genug Zeit haben, den Trash zu spielen. Und damit das realistische Damage-Steinen sind, die neue Leute, Anfänger, mit niedrigem Gier anfangen. Also bitte cappt euch selber niemals 50k fahren. Was man machen kann hier als Tank, ist, einen Mob von hier angreifen lassen und einen Mob von hier. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, von euch von hinten anfangen lassen. Dass ihr die Mobs hier von vorne euch angreifen lasst und den einen von hinten. Das ist jetzt nur für die Tanks wichtig, sodass, wenn der von hinten stirbt, automatisch nicht eine Fläche hinterlasst für die Mobs, die vorne sind. Right? Genau, das könnte man machen. Ähm, ganz kleiner Tipp nebenbei noch. Man kann diesen Mender hier vorne, der mit der Waffe, den kann man zu 10, damit man ihn mit seiner Waffe für den Boss mitnimmt. Das macht aber, in High Keys ja, aber für Low Keys macht das, braucht er das nicht mehr. Äh, so, ansonsten geht's los. Was kann dieser Boss? Äh, natürlich hat der erstmal so eine Schlange dabei und sie selber. Wichtig Position, oder Fähigkeit Nummer 1, dieser Strahl hier. Das unterschätzen viele. Der Strahl macht richtig viel Schaden. Das ist nicht etwas, was euch sofort tötet. Aber achtet darauf, dass ihr niemals in diesem Strahl steht. Und euer Augenmerk sollte immer auf der Schlange sein. Der Boss interessiert euch fast gar nicht. Wo geht die Schlange hin? Wo ist der Strahl? In welche Richtung guckt die Schlange, sobald sie gelandet ist? Wenn sie dreimal in dieselbe Richtung diese Bälle cast. Mach ein bisschen Damage-Store gleich, damit wir noch eine Phase haben. Und das auch nochmal. Guckt, wohin der Strahl geht. Guckt, wohin die Schlange geht. Okay. Und sobald sie gelandet ist, guckt, in welche Richtung sie guckt. Und in diese Richtung bleibt sie und wird immer in dieselbe Richtung. Dreimal Frontal. Eins, zwei, drei. Das nächste auch. Wir gucken, wo die Schlange hingeht. Positionieren uns. Gucken, wo sie hingucken wird. Sie wird immer auf einen Spieler gucken. Sprich, ich versuche das mal zu baiten. In die Richtung. Und daran sterben auch sehr viele Leute. Den Blick immer auf die Schlange. So, wenn ihr wisst, was die Schlange kann. Wenn ihr wisst, was es mit dem Strahl auf sich hat. Dann müsst ihr gucken, was der Boss kann. Der Boss kann gar nichts, außer den Speer zu werfen. Den solltet ihr irgendwo am Rand ablegen, wenn ihr das Zeichen bekommt. Was ihr noch macht, ist diesen Dark Slash auf den Tanks. Und da muss der Tank natürlich gucken, dass er zu dem Dark Slash einen CD zieht. Damit er nicht getötet wird davon. Und wichtig, natürlich mitlaufen. Was ich auch gerne mache, ist, ich laufe schön auch einen Meter weiter weg. Damit man auch schön sieht, in welche Richtung die Schlange guckt. Statt den da drin zu tanken. Ohne, dass der Strahl zu groß wird. Sodass auch die Mili schön erkennt, in welche Richtung das geht. Das üben wir gleich noch einmal. Machen wir ein bisschen Damage Low. Und das solltet ihr wissen, wenn ihr Heiler seid. Der Mili-Bereich ist. Oder selber Mili-DD seid. Und der Tank nicht das so einfach für euch macht. Sondern wirklich mitten rein stellt. Weil er auf euch scheißt. Dann wisst ihr selber in Zukunft, ich muss ein bisschen aufpassen, in welche Richtung die Schlange guckt. Machen wir Damage Stop. Wir üben das gleich nochmal ganz kurz. Also, Schlange, der Mob kommt runter. Hat einen Strahl gleich aufgebaut. Wir gleich rüberlaufen. Machen wir Damage Stop. Ich will ihn noch töten. Stimmt schon. So, was ich jetzt mache, ist, wenn er da landen würde, ich tänke den einfach so einen Meter daneben. Ja, dann seht ihr trotzdem, in welche Richtung die Schlange guckt. Und seid trotzdem in Cleave Range. Das könnt ihr machen, solltet ihr darauf achten. Mehr kann eigentlich hier der Boss nicht. So, jetzt kommt eine Stelle, die ist so ein bisschen schwieriger. Die meisten Big Pullen hier würde ich euch nicht empfehlen. Wenn man nicht genau richtig spielt, dann ist das meistens ein Fail. Ich würde das in zwei Pulls mehr oder weniger aufsplitten. Die Zeit habt ihr dafür. Denn diese Skirmisher hier, die gibt es hier einmal und die gibt es hier dreimal. Die haben eine schlechte Angewohnheit. Und zwar kommen die nicht mit. Wenn ihr die auf Range tankt, dann fängt die an, eine Waffe zu schmeißen. Und die macht richtig viel Stammage. Also wollt ihr immer Punkt Nummer 1 in Meal Range des Skirmishers sein. Wenn ihr natürlich ein DD seid und ihr seht, der Tank ist es nicht, dann kickt diesen Skirmisher zum Tank hin, wenn ihr das könnt. Und weil der Tank rafft selber nicht natürlich, dass er mehr oder weniger... Moment, ich muss mal ganz kurz diese Etherdriver wegnehmen. Oh, wir haben Plumatsch. Die Plumatsch ist kacke. Die Pock, die Pock, die Pock. Ah, na, 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 na. Oh, man kann... Mit Nekrotik zu erklären ist halt auch dumm, ne? Wir tanken die Mobs so lange und ich werde an den Nekrotik sterben. Dafür kannst du nichts lernen. Das ist mein Bad. Während Nekrotik wiegt, die Mobs langsam zu pullen. Also die Skirmisher haben eine schlechte Angewohnheit. Erstens, sie bleiben stehen. Und sobald du nicht im Mediebereich bist, fängt er an, die Waffe zu schmeißen. Und die Waffe, da tut sie weh. Und wenn du dann noch in die Position reinläufst, dann ist das Zweite, was sie macht, genau das hier. Sie sagt dann, ne, ich hab keinen Bock auf dich, tschüss. Und haut dann einfach ab von dir. Und die Richtung kannst du bestimmen, wie sie abhaut. Und zwar haut sie immer 180 Grad von dem ab, wie sie guckt. Sprich, jetzt kann ich steuern, wo sie hinspringt, indem sie nach da hingeht. Zum Beispiel, sie wird gleich springen. Wenn sie es cool, dann wer die hat. Ich weiß nicht, wie oft sie es macht. Na, komm, machst du es? Machst du es? Komm jetzt, ich weiß, dass du es willst. Ich weiß, dass du es willst, lass ich mir in Ruhe. Nein, will sie doch nicht mehr. Und das ist das Problem. Auf Range machen die mit dem Speer viel Schaden. Und in Middle Range wollen sie nicht bleiben und springen dann weg. Und deswegen ist das Pack so kacke. Alleine den einen zu managen war schon scheiße. Mit diesen drei Viechern, mit seinen Green. Bei den drei wird es ja die Hölle. Weswegen man, was man machen kann, ist, man pullt sie und LOS die hier unten. LOS bedeutet, sie können euch nicht beschmeißen, weil da steht kein Pfad verfügbar. Man kann sich hinter dieser Säule oder sogar, wenn man taure ist, hinter dieser Säule verstecken, was angenehmer ist sogar. Und was man dann macht, das ist der Grund, warum man das macht. Denn wir werden jetzt die Mobs pullen. Sie wollen die Speere werfen, aber sie werden mich nicht sehen. Deswegen verstecke ich mich hier hinten. Und sobald die unten sind, werde ich sie in diese Wand gucken lassen. Ja, da springt sie weg. Da ist sie jetzt schon weg. Da ist die zweite. Wo ist die dritte? Wait, what? Hallo? Als ob die nicht mitgekommen ist. Habe ich sie vergessen zu dort in meinem Bett. Aber das ist das, was sie macht, mehr oder weniger. Normalerweise ist es auch doof, dass ich mich hier hingestellt habe. Normalerweise möchte ich mich jetzt schon hier stellen, damit sie von dem Winkel her, gerade war ich hier. Das heißt, die Mobs sind bis hierhin gelaufen und sind dann nach da gesprungen. Und das hat mit meinem Winkel zu tun. Wenn ich mich jetzt hierhin stelle, dann haben sie mich ab hier schon im Target und springen 1 zu 1 in ihren Rücken. Und der Rücken ist dann da. Das heißt, jeder Mob, der hier kommt, springt nach da. Und alle Mobs sind sozusagen auf diesem Haufen fokussiert. Was du dann machen kannst, ist entweder du tankst sie da mit dem Gesicht zur Wand. Dann springen sie immer wieder nach hinten. Hier zum Beispiel. Oh, warte. Ich nehme die. Ja, ja, ich nehme sie. Ich nehme sie. Und auch da. Oh, schade. Da war ich schon zu nah dran. Eigentlich wollte ich außenrum, damit ich, wenn ich außenrum bin, sie wieder in die Richtung des anderen Skirmishers springen lasse. Und alles das spielst du normalerweise nicht so. Das ist alles etwas, was die Mobs hoffentlich 30 Mal tot sind, bevor das irgendwie passiert. Hier stehe ich mich dazwischen, in der Hoffnung, dass sie wegläuft. Ja, da spielt man alles so nicht. Die sind einfach tot, weil die haben wenig Leben und man zieht einfach Cooedowns. Aber wenn man das so aufmerksam und so langsam spielt, wisst ihr genau, warum die so scheiße sind. Was diese Mechanics ist, warum sie wegspringen von dir und warum sie nicht auf Range getankt werden sollten. Und dann wisst ihr auch in Zukunft ganz genau, wie ihr spielen solltet, wie ihr erlösen solltet, wenn ihr Akku gezogen habt. Wohin euch hier hinstellen könnt, damit die wieder ineinander laufen. Und solche Geschichten. So, dann kommt schon direkt die zweite Hürde. Und zwar, was passiert hier in diesem Wiesenfeld? Wir haben einmal hier vorne Mobs, die gerade sterben, weil da irgendwelche unsichtbaren Hunde sind. Und dasselbe auch hier. Wir haben hier zwei Packs von unsichtbaren Hunden. Und wenn die haben sowas wie Backstep, also wie beim Schurken auch. Sobald sie sozusagen aus dem Stealth sich erreichen, werden sie sich stunnen und werden sich zerfleischen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, für den Tank selber diese Mobs rauszuholen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt Typhoonen, ihr könnt, wenn ihr einen Demon Hunter dabei habt, kann er seine Augen aktivieren und dann eine Klebe draufwerfen. Minzpulver kann zum Beispiel einen Blizzard da hinsetzen, was er jetzt machen kann. B-Rest kann einen Feuerregen da hinsetzen oder einen Shadow. Also ihr könnt alles mögliche machen, damit, wenn der Tank hier steht, ihr die Mobs schon mal rausholt für ihn. Und der Tank wird euch nicht böse sein, dass ihr pullt für ihn extra. Ja? Ja, ihr könnt euch, genau, da. Der Tank wird euch nicht böse sein, dass ihr die Mobs pullt. Das ist, wenn er euch böse ist, dann rafft er nicht, warum ihr das macht. Und dann dürft ihr auch böse zurück sein. Aber hier, jetzt sind sie vorher, bevor sie mich erreicht haben, sind sie aus dem Stealth raus. Und mein Leben ist mehr oder weniger fein. Jetzt kriege ich natürlich Doppeldots, einmal durch Rake selber. Und was man auch machen kann, sehr schön, einen Vortex setzen, damit die Mobs zurückgekickt werden. Die Plumage hilft uns nebenbei, oder Plumage hilft uns nebenbei, die hochzukicken. Vorsicht, nicht mehr stunnen, wenn sie Sanguine haben. Und helft dem Tank. Der Tank selber, ich bleib auf Range, ich hab genug Agro aufgebaut, aber ich möchte da nicht ran. Weil die haben schon wieder ihre Klaue ready, die können mich wieder dort, wenn ich da reinlaufe, kriege ich wieder 6 Stacks. Sofort, die auch, ja, 6 Stacks. Und das tickt ungemein. Und wenn ich auf Range einfach chille, dann kriege ich die Stacks nicht. Und deswegen solltet ihr auch am Ende mit, wenn nur noch 4 Mobs leben, und ihr sagt, ich bin noch voller AP. Wenn ihr jetzt noch reinlauft, dann kriegt ihr wieder 4 Stacks, um diesen Scheiße zu heilen. Dann bleibt doch lieber auf Range. Und auf Range könnt ihr natürlich dann kiten. Kiten ist sowieso gut gedacht, weil dadurch die Sanguines besser abgelegt werden. Also das ist ein Hundehaufen, der ist richtig, richtig übel. Jetzt wisst ihr ganz genau, worauf ihr achten habt. Hier haben wir so einen Dark Prater, den gibt es öfter. Der funktioniert ähnlich wie diese Skirmisher. Auch die hat eine Range-Attacke, auch die hat einen Disengage. Da ist er. Aber dieser Disengage geht nicht in den Rücken, sondern zu einem Spieler hin. Das heißt, man kann durch seine Positionierung ein bisschen steuern, wo sie hinfliegt. Und wenn man es möchte, wenn man zum Beispiel alles pullt und die chillt noch hier hinten, dann kann man sich vor diese zu kiten den Hunde stellen. Dann springt sie in die Hunde rein, ist sofort wieder mit im Blizzard etc. Aber man kann es einfach auch getränkt tanken, kiten, dann ist es auch fein. So, jetzt haben wir wieder neue Arten von Mobs, aber auch alte Arten von Mobs. Hier haben wir zum Beispiel einmal so eine Other Driver, über die haben wir noch nicht geredet. Die verteilen den Gift und haben den Cast. Die sollte man auf jeden Fall kicken und da dispelnen, wenn man es kann. Wir haben den Praetor, das ist derselbe, der hier vorne war mit diesen Jumps. Und wir haben noch einen versteckten Hund hier an dieser Seite. Deswegen ist es auch hier wichtig, dass ihr, wenn der Tank pullt, ihr automatisch irgendeine AOE-Fähigkeit castet. Also Minz-Pulver auch direkt mit dem Blizzard rein, am besten pullt du ruhig selber, weil ich habe als so Idee jetzt außer Dings nicht viel, right? Außer Typhoon, um die zu pullen. Da ist er Stealth-Glow, da ist er. Und dadurch, dass er jetzt frei oder released ist, kann er mich nicht mehr stunnen. Und ich kann da voll reingehen. Mit dem Praetor, der wird gleich wegspringen. Da ist er und dann folgst du ihm, weil du jetzt weißt, warum er springt, wohin er springt. Nicht in den Rücken, sondern zu einem Spieler, in dem Fall zu TNX. Und die anderen beiden, die folgen dir. Der Praetor nicht, der bleibt stehen. Wenn ich weglaufe, bleibt er einfach hinten stehen, fängt an Dark Seeker zu casten. Das ist genau wie der meins Skirmisher, die fangen an ihre Hurl zu casten, der fängt an Dark Seeker zu casten. Und das macht richtig viel Schaden. Deswegen ist eure einzige Aufgabe, guckt, dass ihr die Praetoren nicht irgendwohin baitet, wo es zu schwer ist hinzulaufen. Und dass ihr euren Tank, also mit nekrotzig ehrlich zu erklären, ist ja so dumm. Sorry, Slayer, dass du mich so overhehen musst. Ja, aber das ist das Pack so. Und jetzt habt ihr mehr oder weniger fast alle Mobs gelernt, die es in Dissenslands gibt. Was haben wir denn hier? Jetzt haben wir eines der schwersten Packs, die es gibt. Wir haben einen Praetor. Ihr wisst genau, das ist derjenige, der nicht auf Range stehen bleibt. Also der auf Range stehen bleibt. Und deswegen solltet ihr die Goliath in den Praetor ziehen. Aber die Goliath haben auch eine Fähigkeit. Und zwar nicht nur, dass sie diesen Fist haben, der gekickt werden muss. Sondern sie bleiben auch zwischendurch stehen und laden sich auf. Und vor allem während der Aufladung. Stell dir vor, ich tanke den Goliath hier, hier und den Praetor tanke ich hier. Und du stehst hier als Ranged. Und die beiden Goliath werden dann irgendwann anfangen, sich aufzuladen. Und in dem Moment springt der Praetor weg. Weder den Praetor kriegt der Tank wieder dahin gezogen, noch die Goliath kannst du bewegen. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, auf Range stehen zu bleiben. Du kannst von Anfang an in die Media. Es gibt nichts in die Media Range, was irgendwie cleaft hier. Das heißt, alle können von Anfang an in die Media Range rein. Damit der Praetor nicht irgendwo hinspringt, wo sie außerhalb der Cleave Range ist. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, warum mein Auto markt, add-on automatisch markt. Oder jemand hier markiert hat. Ist, weil man die Kicks einteilen muss. Und ich glaube, wir haben Hummus. Ich kick nichts, ich kick Stern first. Hier solltet ihr wirklich auf dem Weg dahin die Maps marken. Und eine Kick-Einteilung machen. Deswegen ist das Pack auch nicht so geil. Deswegen laufen auch viele Leute links rum. Weil sie auf diese Kick-Anzahlung keinen Bock haben. Aber das ist eigentlich nicht so schwer. Wer steht, wer klickt Stern? Bires kick Stern 1. Dann kicke ich Stern 2. Münzpulver kickt dann Kreis 1. Und TXD kickt dann Kreis 2. Sie werden aber insgesamt dreimal casten, bevor sie sterben. Das dritte ist dann natürlich wieder die CDs, die von 1 ready sind. Ja, das machen wir. Was war ich jetzt? Stern 2 war ich. Okay, dann geht es gleich los. So, warten wir hier noch ab. Und auf geht's. Ja, den tanken wir ineinander. Da kommt Stern 1. Da kommt Stern 1. Bires, Bires. Sehr gut. Und der Praetor wird gleich weg springen. Siehst du? Das meine ich. Das ist der Grund, warum man da nicht... Und wenn das passiert, dann zieht die Goliath so schnell es geht nochmal rein. Sehr schön. Dann ist das mein Kick. Zack. Und jetzt würde ich den Praetor trotzdem ein bisschen wegziehen. Oder versuchen die aufzuspalten. Weil... Die sterben gleich. Und Darkseer. Interrupted. Sehr schön. Die Dings aufgelöst. Okay. Die haben hier sehr guten Damage gehabt. Aber hier wird das Problem. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Der bleibt stehen. Mit Senguin müsst ihr einfach im Kalten bleiben und aufräumen. Hier ist ein Speer. Für alle, die Kyrian sind, ist da der erste Speer. Oder auch wenn ihr die linke Seite seht, ist es auch auf derselben Plattform, auf derselben Seite. Und den solltet ihr aufnehmen, was er macht. Kommen wir gleich zu. Hier haben wir wieder den Praetor. Auch wieder ein Praetor, der auf eine Range-Position jumpt. Sprich, der ist auf Range hier und da. Ja, da ist er hängesprungen. Ich laufe direkt hinterher. Kann man vermeiden, indem man einfach in den Mobs drin steht. Es gibt keinen Grund, hier draußen zu stehen. Hier ist eine Heelfläche. Hier kleeft nichts. Ihr kleeft dafür. Und seid automatisch in der Heelfläche. Es gibt keinen Grund, hier hinten zu stehen. Ihr könnt volle Damage hier drin machen. Und die Etta-Driver nebenbei halt dannstern. Ihr könnt auch ein bisschen mehr Damage machen. Jetzt geradeaus bin ich wieder dead. Ich bin wieder da. Oh, kriegst du das Geheilt? Nee, doch nicht. Okay. Das ist das Problem. Wenn ich den Leuten selber sage, die sollen wenig Schaden machen, damit wir genug Zeit haben, dann kriege ich natürlich ohne Ende Necrotic Stacks. Ich will aber nicht von zu viel kiten müssen. Deswegen müssen wir diese Tote in Kauf nehmen. Ist aber auch völlig fein. Wichtiger ist, dass die Mechaniken erklärt werden und ihr versteht, was die Mobs können und wie man sich am besten positionieren sollte. Eule kann zeitgleich mit dem ersten Kick. Kann auch. Kann man machen, natürlich. Natürlich kann eine Eule, wenn man die ineinander tankt mit Solar Beam, beide silencen. Das geht wunderbar. Genau. Wir haben leider keinen Kirin, ne? Stimmt, wir haben keinen Kirin. Was man macht, ist diesen Speer aufnehmen und dann kann man den Speer auf den Boden schmeißen und die Leute werden dann gestunnt. Und kriegen, glaube ich, sogar ein Damage Increase. Ich weiß nicht mehr genau. Und dieser AoE Stunt für 10 Sekunden ist natürlich insane. Da können alle Damage machen. Das muss nichts gekriegt werden. Das muss nichts gestunnt werden. Und weswegen dann man diesen Speer nutzt, um wahrscheinlich schon bei diesem Pack hier oben das zu nutzen. Haben wir nicht, ist völlig in Ordnung. Dann lernen wir noch, wie wir dieses Pack spielen müssen. So, was haben wir hier dabei? Wir haben einen Champion dabei. Wir haben wieder so einen Skirmisher dabei. Der Skirmisher jumpt in seinen Rücken. Das ist nicht wie der Präter. Und diese Ether Driver, die man nebenbei kicken und den Gift-Debuff entfernen muss. Das heißt, was ich machen werde zum Beispiel als Tank, ich werde mich hier hinstellen und den Skirmisher vor mir haben, dass, wenn er springt, von mir weg springt, in seinen Rücken ungefähr nach da. Was man auch machen kann, wenn man nicht der Tank ist, mehr oder weniger einen Binding Shot legen als Hunter beispielsweise, dass, wenn er springen sollte, automatisch gestunnt wird. Vortex legen. Ihr könnt eurem Tank also unterstützen. Also wir gehen da rein. Da ist der Skirmisher. Hurl. Und er wird gleich weg springen. Ich ziehe mich dahinter. Kicke das hier nebenbei. Er wird gleich weg springen. Er ist ja weggesprungen. Und ich laufe mit den Ads wieder zurück zu ihm. Ich stelle mich wieder so hin, dass, wenn er weg springt, automatisch in den Flächen bleibt. Da ist der Infused Weapon Magic. Der Champion ist ein Mender mit Drogen vollgepumpt. Wenn Minz-Pulver das irgendwie purgen möchte. Damit ich nicht so auf die Fresse bekommen. Dann wird das super. Okay. Ihr könnt ein bisschen mehr Damage machen, wenn es geht. Also ein bisschen mehr. Ja, das ist bei den Packs, damit die nicht so mega lange leben. Damit wir, damit sie schnell tot sind und wir nicht zu viel stacken. Weil ab jetzt passiert nicht mehr so viel. Also könnt ihr euch ausrasten gleich. Oder ich muss anfangen zu kiten, aber das ist auch dumm. Dann bleiben die Mobs nicht stehen. Das ist auch doof. Alright. Das Schöne ist, wir haben fast alle Mob-Typen kennengelernt. Ab jetzt ist es nur noch eine Kombination aus diesen Mob-Typen. Hier zum Beispiel haben wir fünf von diesen Etta-Drivern. Die komplett patrouillieren. Von hier vorne bis dahin und wieder zurück. Deswegen müsst ihr aufpassen. Dann gibt es eine Patti von hier nach hier. Es sind drei Patti. Patti Nummer eins patrouilliert komplett. Einmal diese Schlangen. Patti Nummer zwei ist hier oben. Und Patti Nummer drei ist hier oben. Und das solltet ihr euch bewusst sein, dass es da drei Packs gibt, wie sie patrouillieren. Wenn ihr pullt, worauf ihr achten solltet. In dem Fall zum Beispiel haben wir, wenn ich die jetzt runterziehen wollen würde, würde es nicht funktionieren. Warum? Wir haben so einen Präter dabei. Und der Präter wird sich nicht ziehen lassen. Er wird irgendwann jumpen. Was heißt, wenn ihr sicher sein wollt, dann würdet ihr eventuell warten auf dieses Etta-Driver-Pack. Während die umdreht, das ist das Etta-Driver-Pack. Weil die sind mehr oder weniger harmlos. Und die könnt ihr dann single pullen. Zum Beispiel hier. Oder wenn ihr gerade sehen solltet, dass sie da sind, könnt ihr die pullen. Und dann sind die good to go. Weil die können nichts. Die sind stunnable, die sind immun, also die sind interruptable. Die Etta-Driver sind immun. Aber sie tun weh, weil sie dir sofort alle Necrotik-Stacks geben. Und sie erfordern Kicks. Und sie hinterlassen Senguins. Weswegen es halt nicht so gut wäre, auch wenn sie harmlos sind, einzeln in Verbindung mit anderen Packs zu pullen. Also wenn ihr da steht, oder wenn ihr sogar gerade ein DD seid, der hier oben ist. Oder der Heiler. Und ihr seht, aha, unten nur noch irgendwie ein Piss-Mob. Und der Tank ist gerade auf diesen Piss-Mob fokussiert. Aber oben ist gerade die Putt da. Und ihr habt keinen Speer. Dann könnt ihr die Putt runter pullen, damit nur die Putt da ist und ihr die Solo spielt. So, jetzt haben wir einen Pack, was nicht so leicht ist. Das spielen wir aber. 3, 2, 1, jetzt go. So, natürlich Goliath hat den Kick. Der Kick ist nicht so wichtig. Lieber den Goliath kicken. Praetor wird jumpen. Rebellis Fist wird gekickt. Sehr schön. Der Praetor wird gleich jumpen. Da ist der Jump. Ja, ich laufe wieder zu ihm hin, weil ich will ihn nicht casteln lassen. Immer zum Kick hin. Der Inquisitor sollte jetzt noch gekickt werden, damit der auch mitläuft hierhin. Da ist wieder die Fist von TXN. Genau, Minz-Pulvert gekickt. Ich werde noch ein bisschen ziehen noch, damit die Senguins ihn nicht heilen. Ich werde jetzt anfangen zu kiten. Ich achte selber noch auf meine Necrotik-Stacks nebenbei. Den kicke ich auch noch. Also, wie seht ihr, da ist alles dabei auf einmal. In ganz kurzer Zeit müssen so viele Sachen beachtet werden, die wichtig sind, weil die Kombination ist eines der schwierigsten Packs. Da ist halt alles dabei. So, jetzt lernen wir den neuen Mob-Typ kennen und zwar der Squad Leader. Und der Squad Leader hat eine Aura um sich und da steht, dass alle, die in der Nähe von dem Squad Leader sind, 75% weniger Schaden erleiden. Das ist diese Aura hier. Deswegen braucht ihr nicht auf den Praetor gehen, was einige falsch machen. Der Praetor, sonst kann sie nichts außer ein Frontel. Und der Praetor ist wieder der mit dem Jump. Das heißt, hier müssen wir aufpassen, wie wir uns denn stellen. Als Ranger-Eddy willst du dich nicht zu weit wegstellen, damit der Praetor, wenn er wegjumpt, nicht da irgendwann in der Acha-Welt ist. Gut, der hat jetzt dann seine Runde gelegt. Das heißt, er wird jetzt gleich jumpen mit seinem Swift-Shit. Und da. Sehr gut, dass du im letzten Moment noch reingelaufen bist, takes the end. Durch die Stream-Verzüge. Und hat das gesagt, oh ja, 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 ich komme, ich komme. Und das Einzige, worauf ihr achten müsst, genau, habt ihr es gesehen, das war sehr knapp. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keinen Grund, nicht in Melee-Range zu stehen, weil es gibt nichts, was hier cleaft. Das hat sich Blizzard auch gedacht und gesagt, okay, jetzt bauen wir Mobs ein, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst. Denn wenn ihr in Melee-Range steht, damit der Dark Praetor nicht am Arsch der Welt jumpt, dürft ihr nur nicht vor dem Squad Leader stehen. Der hat nicht nur diese Aura, sondern diesen Jump auch und einen Tank-Frontel. So, und wenn ich den Tank-Frontel, da, da ist der Cleansing-Strike, da geht der. Der geht ziemlich weit, der geht in einer Linie durch. Das heißt, guckt, dass ihr im Praetor steht, guckt, dass ihr den Kreisen ausweicht, guckt, dass ihr den Squad Leader zuerst macht, weil er den Demange-Debuff-Effekt hat und guckt, dass ihr den Frontel in Richtung des Tanks ausweicht. Ein Pack, super viele Abilities. Und jetzt kommt noch ein Pack und das ist komplett wahnsinnig, dieses Pack. Das ist das schwerste Pack überhaupt im Dungeon, weil hier ist jetzt alles dabei. Wir haben einen Wurm, wir haben einen Squad Leader mit diesem 75% Damage-Reduction auf alle, wir haben einen Inquisitor, der die ganze Zeit irgendeinen Scheiß castet, wir haben den Praetor, der sich nicht ziehen lässt und wir haben diesen Steroiden-Heiler, der sich heilt und diese Waffe sich bufft, der gepurcht werden muss. Wir können den Heiler nicht töten, wir können den Praetor nicht töten, weil der Squad Leader ist der Erste, der gesteben muss, der hat aber am meisten Life mit einer halben Million, der andere hat nur 300k. Viele Leute fangen hier an zu AOE'n, obwohl es nichts bringt. Absolutes Horror-Pack. Wir werden es aber dadurch, dass wir wissen, was jetzt passiert, richtig spielen. Und zwar Single-Target-Damage mit leichtem Cleave, der nicht den Single-Target-Damage vermindert, auf den Squad Leader, während wir auf unsere Stacks aufpassen. Ne, wir können nicht die Stacks noch aufpassen mit Nekrotec, wir müssen das mit CC spielen. Das spielen wir mit CC. Machen wir den Champion in CC und den Inquisitor irgendwie auch. Wurzeln oder was, I don't know. Das spielen wir nicht. Während wir alles erklären, können wir das nicht. Hier könnt ihr ruhig CC'n. Sadek, ja, ja, hier müsst ihr, wollt, oder? Ja, okay, mach auch noch ohne CC. Wenn ihr, dann machen wir ohne CC, let's go. Rein da, dann kommen wir. Dann ohne CC. Auf die Frontills aufpassen. Prater wird gleich jumpen mit seinem Swift. Da ist er Swift, ich ziehe ihn rüber. Inferno-Strikes noch nachkicken. Frontill von dem, äh, Strick auch bei da ist er. Frontill ausweichen. Sehr gut. Die Jumpfläche ausweichen, Darklish noch kicken. Ether Driver kicken. Champion dann purgen gleich. Prater wird nochmal jumpen gleich. Darklish, schöner Kick. Da ist der Jump von dem Squad Leader. Da ist der Prater Jump. Sehr schön, da ist der Kick. Wunderbar. Ich stelle mich so hin mit dem Tank, dass der Frontill von dem Squad Leader in die Richtung geht, die angenehm ist. Doktrin wurde gekickt. Sehr schön. Darkseeker, Crashing, Frontill. Doktrin nochmal von mir gekickt. Sehr schön, ein bisschen verteilt stehen. Ich stelle mich mitten rein. Werden mehr Damage bekommen, weil ich mich auch von hinten hinten lasse, aber dafür werden die Sanguins besser spawnen. Der Prater ist da, will gleich nochmal sein Swift mitmachen. Darklish. Ich stelle mich dann, ne, nicht in die Pfütze rein. Ja, haben wir noch einen bekommen. Und, oh, schade. Ja, meine Nekotik ist noch resett worden. I'm sorry. Will wahrscheinlich sterben jetzt. Hört auf mich zu hinten. Kann ich noch kiten? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr kiten können. Ja, ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Ja, ja, ist okay. Ja, aber das sind halt alle Sachen, die ihr jetzt auf einmal beachten müsst. Nicht nur der Tank, aber der Tank vor allem, sondern alle anderen auch. Weswegen sich einige auch entscheiden, dieses Pack zu cc'n. Damit man einfach so ein bisschen an Übersicht gewinnt wieder. Damit nicht so 30 Millionen Sachen auf einmal passieren. Und jetzt stellt euch mal vor, davor wusste keiner, was hier passiert. Alle sind rein. Jeder hat blind irgendwas gemacht. Au, eh. Keiner wusste, dass es eine 75% Mechanik ist. Jetzt, wenn ihr in Zukunft... Ja, okay. Ist ja gut. Bires hat noch CDs anscheinend. Ab und pulst sie direkt. Ja, wenn du pulst, dann geh mal raus. Was war das denn, Bruder? So, nächster Boss. Ich wollte eigentlich noch... Warum pulst du, Bruder? Das ist what the fuck, dude. Du wolltest resetten, damit der still steht. Ja, ist doch egal. Der wollte nur resetten. Okay, ja, soll er nicht machen. Kann man machen, ja. Aber lass den nur. Was der Boss kann, ist... Und zwar... Mach mal ein bisschen Damage Low. Mach mal ein bisschen Damage Low. Damit wir den Boss nochmal vernünftig erklären können. Einmal. Und zwar... Wie dieser Boss... Immer... Hat zwei Fähigkeiten, ja. Die wichtigsten in Phase 1. Fähigkeit Nummer 1 ist... Können wir den nochmal resetten? Das ist jetzt dumm. Mach mal Damage Low. Wir müssen den komplett länger spielen. Hier gerade Obdi. Reißt du, hast mich komplett rausgebracht. Hier, was für Reset, Alter. Scheiße auf diesen Reset, Mann. So, mach mal Damage Low. Wir spielen den etwas länger. Also. Das erste, was passiert ist... Sie hat Energie. Ja. Und immer, wenn sie was castet, verliert sie ihre Energie. Und sobald die Energie los ist, muss sie kurz verschnaufen. Dann geht sie in den Demission. Ähm... Ich auf 3. Was wir jetzt machen, ist das Ganze ausnutzen. Indem wir wissen, aha, sie spawnt immer dann, wenn sie wegspringt. Sprich, ich tanke einfach mehr oder weniger in der ersten Fläche drin. Kurz daneben, nicht unbedingt drin. Sobald sie, wenn sie jetzt wieder wegspringt, beide Flächen auf einer Position sind. Und sobald zwei Flächen genutzt worden, da ist es. Sobald die zweite Fläche da ist, dann ziehe ich sie weg auf die ganz andere Seite. Dann kommt die nächste Fähigkeit, Blinding Flash. Einfach noch Frontal dodgen. Was jetzt der Fall ist, ist nämlich, wir brauchen uns noch auf zwei Sachen konzentrieren. Einmal auf den Boss und hinten auf eine Fläche, weil da dieselben Kugeln herkommen. Und dadurch, dass wir so weit wegstehen, ist die Chance größer für uns zu dodgen, weil umso weiter sie travelen, umso größer die Abstände sind. Du sollst sie nicht alle abfangen, Bierersbruder. Wieso? Das ist genau das, was man nicht macht. Einfach da stehen und nicht nach links gucken in die Richtung und sich jeden Spot abfangen. Deswegen ist genau das nicht richtig, weil die Dinger sind in der höheren Keystufe auf Tyrannisch sind die One-Shot und das kriegt euer Heiler auch nicht mehr weggeheilt. Und jetzt ist es in Zukunft, wie ihr euch positionieren solltet und wo der Blick hingeht. Und zwar so weit es geht weg von den Dingern. So, ne, 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 noch nicht nehmen, wir müssen noch einen Mob machen. So, Tormentor? Ja, 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 auf jeden Fall noch machen. Er wollte wegen dem Tormenten, er will resetten für Dormand Boss. Er wollte resetten für den, ja, habe ich mitbekommen, das wollte aber, ne. Mach du gar nichts, Bierers. Du bist Bot, wie gesagt. Du machst dir gar nichts. Und am besten auch nicht failen, wenn es geht. Damit das kein schlechtes Beispiel ist. Oder meinetwegen failen, dann können wir es auch ansprechen, dass es halt ein Fail ist. So, gut. Übersorgung, oder brauchen wir nicht großartig reden. Jeder kennt den, der ist bei jeder Instanz gleich. Er kann eigentlich nur dieses Rand ziehen und diese Ketten erschaffen, die man muss die töten und dann kann man da rauslaufen, ganz easy. Sonst kann dieser gute Junge gar nichts. Oder meine Kette wird einfach nicht sterben und ich sterbe vorher. Ich hätte auch dingsen können. Ich hätte auch shiften können, dann wäre ich selber rausgekommen, als Rieder. Funktioniert das? Doch, stimmt. Meine Kette ist dann auch weg. Die ist dann, ja, die ist auch weg. Schade für den Menschen. So, dann haben wir natürlich hier unsere Boni. Darüber haben wir auch ein Guide gemacht, welche Boni aus welcher Klasse, oder mit welcher Klasse man am besten nehmen sollte. Und ansonsten passiert hier nichts mehr. Also wir haben wirklich, wenn ihr bis hierhin gekommen seid und vor allem der Boss gespielt wird, wird genervt. insofern, dass diese Flächen sind für immer da gewesen. Diese Kreise, die sie hinterlassen hat, waren für den Rest des Bosses da. Umso länger der Boss gedauert hat, umso mehr von diesen Dingern musstest du. Am Ende hattest du sechs Stück schwarze Löcher, von denen die ganze Zeit diese Kugeln kommen und du musst alle dodgen. Fast unmöglich. Jetzt ist es so genervt, dass die immer wieder verschwinden und der Boss ist komplett easy. Wenn ihr jetzt noch an diesen Front Hill sterbt, an diesen Bällen, die da kommen, dann seid ihr wirklich jemand, der diesen Boss nicht ernst nimmt oder nicht aus Season 1 kennt und dann sollt ihr, also ihr wollt in den Spielern, in den Augen eurer Mitspieler nicht als Noob dastehen, indem ihr diese Fläche abbekommt, also nehmt das ernst, dodgt das vernünftig und der Tank muss halt gucken, dass er versucht, die so nah wie möglich aneinander zu tanken und dann ist diese gesamte Plattform hier mit dem ekligen Pack und dem Boss fertig. Der zweite Speer, den es in dieser Instanz gibt, der ist hier vorne rechts, den kann man auch aufnehmen, sollte man, wenn man Kyrian dabei ist. Ansonsten haben wir oben den Helion, den brauche ich nicht kommentieren, der kann gar nichts, der kann ein bisschen rumjumpen, das ist immer ein ganz normaler Mob. So, ja, den könnt ihr Damage machen, hier könnt ihr voll ausrasten, macht den Kopf, der kann nix, der kann springen, hinterlässt eine Fläche, das war's, ne, also auf Low Keys ist der sonst uninteressant. Den kann man, was die meisten auch machen, ist sogar mitpullen mit dem Arcolaster zusammen und damit sie ein bisschen Zeit sparen. Apropos Zeit, das wird nicht in Time, garantiert nicht, weil ich die Bosse noch gleich erklären werde in Ruhe, ist auch egal, wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen, wichtiger ist, den Guide vernünftig rüber zu bringen. statt den Key zu zahlen. Ja, das sind alles so intuitive Sachen, ja, da kommt irgendwie, 30 Jahre hast du Zeit, dem Ding zu dodgen und dann kannst du los. Arcolas auf der anderen Seite ist wieder interessant, für die Leute, die sich diesen Guide angucken und noch nicht genau wissen, was er kann, er kann mehr oder weniger zwei Sachen, einmal Inferno, muss unbedingt gekickt werden, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ihr kickt direkt oder ihr kickt gar nicht. Late Kicken ist nicht gut, außer ihr seid im Voice und ihr habt eine Einteilung dafür, aber wenn ihr keine Einzahlung dafür habt, ist Late Kicken nicht gut. Warum? Ihr baitet damit alle Kicks, weil alle Late Kicken und dann zack, auf einmal habt ihr gar keine Kicks mehr. Deswegen immer Instant Kicken oder gar nicht. Oder halt, gut, natürlich, wenn ihr seht, der kein anderer kickt, dann könnt ihr auch kicken, aber dann lieber sofort kicken, wenn ihr die habt. Und das zweite ist, er hinterlässt einen Debuff, der den erlittenen Feuerschaden erhöht und der macht selber die ganze Zeit Feuerdamage, deswegen sollte man da auch aufpassen. B-Rest kann zum Beispiel auch mit seinem Wichtel-Dart einen Debuff wegnehmen. So, jetzt haben wir hier eine Skip Mechanic und wir haben auch dafür einen Guide gemacht, Ausrufezeichen Discord, dann kommt ihr bei uns auf den Discord hier und dann könnt ihr unter High Bibliothek euch bitte diesen Artikel durchlesen. Der hier ist das. Ja, Trash skippen, ohne zu pullen und ihr habt hier alle Möglichkeiten, wie man Trash skippt, darauf gehe ich jetzt nicht ein, wie man hier an diesem Mob vorbeiläuft, das ist in diesem Guide bereits erwähnt, könnt ihr euch den reinziehen oder man nimmt es einfach so ein Portal, geht auch. So, und dann haben wir natürlich noch Oros, der nicht viel kann. Das Einzige, was wirklich wichtig ist bei dem ist, dass man auf diesen Frontel outen muss. Das ist das Einzige, was der Boss kann, schön gedodged, diesen Frontel ausweichen und mehr ist das nicht. Also macht ihr die ganze auf den Boden gucken, auf diese Flächen, aber während ihr den Flächen ausweicht, immer noch auf den Boss gucken, in welche Richtung geht der Frontel. Wenn ihr diesen Kreis bekommt, wo ihr die ganze Zeit Schaden erleidet, wenn der Heiler euch heilen muss, scheißegal, immer auf den Boss gucken, in welche Richtung geht dieser Frontel. Das ist das Einzige, was euch töten kann, der Rest ist einfach nur nebenbei, Ablenkung von dieser einen Mechanik, die er dieser Boss kann. Und auch da das selbe Prinzip, wenn ihr daran feilt, dann seid ihr schlecht. Das ist wirklich ein absolutes Noob-Fail, diesen Frontel abzubekommen. Flüchtigkeitsfehler ist das andere, allerdings auch aufgrund dessen, dass ihr einfach das nicht ernst nehmt und nicht darauf achtet, obwohl ihr es wusstet, ist was anderes. Wir nehmen das einfach mal mit. So, was jetzt kommt, ist, wir haben die Usurper hier. Und diese Usurper sind so eine Art, ja, Unterzahnen von diesen Skirmishern, die wir vorhin hatten. Das heißt, die sind auch etwas, die auf Range bleiben und mit ihren Äxten werfen, aber das sind nicht welche, die noch, das haben sie noch nicht gelernt, die sind noch Level 1, kein Level 50 Mafia Boss, die werden nicht disengagen, aber die bleiben auf Range. Was man also macht, ist, man LOS die, LOS bedeutet auch wieder hinter einer Kuppel, hier könnte man sie LOSen, aber hier sind diese Mobs, deswegen man das auch folgendermaßen macht, man läuft einfach in der Mitte nach da vorne und LOS hinter dieser Säule. Und dann pullt man weder diese Mobs, noch pullt man diese Mobs. Das ist die Straße in der Mitte, die man laufen sollte. Und hier ist es auch wichtig, dass entweder, es sind zwei Möglichkeiten, Nummer 1, der Tank läuft vor und ihr wartet hier so lange, bis der Tank mit dem Mobs da ist und lauft da in Ruhe durch, dann kriegt ihr auch keine Usurper Hits ab. Oder Nummer 2, ihr lauft mit dem Tank gemeinsam durch und versucht so schnell wie möglich da zu sein, damit ihr nicht random aggro-mäßig diese Pfeile in den Hintern bekommt. Und mir ist egal, wie ihr das macht, macht das wie ihr wollt. Ich werde aufmauten. Versuchen die zu denken, so hier, zack, 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 wir laufen, zack, zack, zack. Da einen, so, wir werfen schon. Und was du hier machen kannst, ist, sich ganz rechts hinzustellen. Wenn sich alle rechts stellen, dann werden sie sich nicht aufteilen, rechts zumindest. Das werden gleich nochmal besser üben. Das Problem, was wir auch noch... Oh, hat jemand gepult? Wir haben gepult. Okay, irgendjemand hat gepult. Das ist... Lass mal sterben. Lass mal sterben. War ich das? Habe ich selber gepult? Nee, ich nicht. Ich habe das nicht gepult. Irgendjemand hat gepult. Hallo, ich will hier runterfallen. Dankeschön. Okay, das machen wir nochmal. Das Schöne ist, wir können uns das andere jetzt uns ganz kurz zeigen, was wichtig war. Und zwar ist ja eine Boulder, also eine Säule. Und wenn sich alle fünf auf eine Seite stellen, dann kommen auch alle fünf, weil das der kürzeste Weg ist zu einem Spieler. Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, damit sie ineinander stacken und nicht, dass man Mobs hat, die von rechts Pfeile werfen und Mobs von der anderen Seite hat, die auch noch Pfeile werfen. Diese Woche ist eventuell eine Ausnahme, wo es gar nicht mal so schlecht ist, wenn sie verteilt steht, wegen dem Senguin. Aber da würde ich dann lieber euch eine andere Lösung vorschlagen und zwar das Kiten um die Säule gegen Ende von dem Ableben von diesen Viechern. Also werden wir uns gleich alle, sobald wir laufen, in den Tank reinstellen. Der zweite Grund wäre Quaking oder Volcanic. Auch da ist es manchmal gar nicht möglich, ineinander zu stacken auf der Position, weil man durch Quaking natürlich ausweichen muss. Wenn man eingestellt ist auf Quaking, dann beißt man auch automatisch Shapers auf. Ich male die Kuppel mal eben auf und auch das muss man sich gemüt fühlen. Hier ist die Kuppel, ihr kommt von hier, richtig? Und das ist die Kuppel hier, das meine ich. Ihr kommt von hier und stellt euch alle hier an diese Seite. Und wenn jetzt Quaking kommen sollte, wie könnt ihr trotzdem sicherstellen, dass die Mobs euch lossen und trotzdem alle von dieser Seite kommen und nicht von dieser Seite. Obwohl ihr Quaking habt, weil die meisten verteilen sich dann rechts und links, was falsch ist. Sobald ihr Quaking bekommt, stellt sich einer hier hin und dann kommt der erste Mob von da. Das ist nicht richtig. Was ihr einfach macht, ist in LOS bleiben, indem ihr hin nach raus geht. Right? Wenn du dich hierhin stellt, einer mit Quaking, hier in einer mit Quaking, dann haben die alle ihre Kreise. Aber die Mobs werden trotzdem auf die linke Seite kommen wollen und ihr werdet automatisch die Leute im Loss haben. Also nach hinten raus. Dahinter ist ja, der Schatten ist ja ewig sozusagen. So, das Ganze nochmal, ohne zu pullen. Eine Super haben wir noch. Da steht da schon eine. Alles klar. Wir stellen uns hier hin. Und ihr habt ja noch hinten Platz. Ihr könnt nach hinten ausweichen. Der kommt trotzdem von rechts. Ist okay. Bei dem anderen Pack ist es ein bisschen angenehmer. So, natürlich hier, sobald die da sind, stunnen. Das erste, was man machen kann, stunnen, damit sie einfach generell kein Damage machen. Mittlerweile braucht man nicht mehr mehr stunnen. Was ich jetzt mache, ist zu kiten. Ich werde jetzt LOSen hier auf der anderen Seite, damit sie aus ihrer Sengue wieder rauskommen. Genau. Und das Ganze kannst du hier, alles, was wir gelernt haben, können wir hier auch umsetzen. Und zwar auf dieser Seite. Links. Wir wollen die alle hier spawnen lassen, nicht rechts. Ja, wenn ich die Pulle, wollen sie, keiner soll von da kommen. Alle sollen von da kommen. Deswegen ich den Pulle und stelle mich hier links hin. Wenn alle links stehen, dann kommen auch alle von links. Keiner von rechts. Weil die da sind, können wir Damage machen. Genau. Das war's. Dann kommen sie alle von einer Seite. Können sie ein bisschen verteilen. Ich laufe mal um die Säule rum, damit sie mit dem Senguin rauslaufen. Die können doch das engagen. Wait, what? Oder war das ein Knockback? Wait. Nein, die können nicht die Sengagen. Das war ein Knockback, right? Die haben das noch nicht gelernt. Das sind Auszubildende von diesen komischen, was wir auf der ersten Plattform gelernt haben. Die waren noch nicht fertig. Typhoon probably. Okay, das war Typhoon wahrscheinlich. Okay. Gut, 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 gut. Gut. Damit haben wir das auch erledigt. Jetzt wisst ihr, wie man... Ist alles nicht so wichtig. In 15er Keys ist sowas alles unwichtig. Ich will es euch trotzdem so viel mitgeben an Erfahrung, was ich gesammelt habe, wie ich kann, damit ihr einfach ready seid dafür. Dieser Boss funktioniert ähnlich, wie der Boss davor. Auch er hat eine Energie. Auch er hat eine Batterie, die er aufladen muss. Und alle Fähigkeiten, die er castet, kosten Energie. Und ihr wisst auch in Zukunft, wie ihr spielen möchtet. Kommt mal bitte auf, irgendwelche Marks zu setzen. Ready, check. und mit BL oder langsam. Mach mal langsam ruhig. Wir werden zwei... Also tötet ihn nicht in P1. Lasst ihn ruhig bis Ende P2 spielen und danach könnt ihr den töten. Ja, wir pullen ihn einfach mal. Ich erkläre ihm, was los ist. Und zwar gibt es einige Fähigkeiten zu beachten hier. Der Boss ist nicht sehr einfach, wenn man nicht weiß, was abgeht. Das Erste, was er machen kann, ist einen Tank Slam. Auf den Tank. Und der hinterlässt einen Debuff. Das kostet Energie. Und immer wenn er Energie verliert, geht er in den Dimension. Was er es genau macht, reden wir gleich drüber und wie ihr es ausweichen könnt. Das Nächste, was er macht, ist Leute debuffen mit einem Pfeil. Das da. Und die werden ineinander am besten sich abstellen. Und das war nicht ineinander, das war zu weit weg. Und jetzt kommen diese Flächen. Und das sind seine Batterieaufladungsreserven. Das heißt, wenn er, sobald er seine Energie verloren hat, wird er diese Reserven wieder anfangen ranzuziehen und sich damit dann wieder voll Energie zu tanken. Dieser Tank Slam hier, der hier, da, Chart stormt und bam, hinter dessen Magie Debuff, den kann man einfach dispellen. Genau. Kostet Energie. Aber es gibt einen Trick. Und zwar, wenn er außerhalb seiner Medi-Hit-Range steht. Ja, wenn er außerhalb seiner Medi-Hit-Range steht. Guck mal, ich laufe außen rum. Solange ich außen rum laufe, castet er das nicht. Sobald ich ihn aber betrete, fängt er sofort an. Fängt er sofort an zu stompen. Ich kann jetzt drinbleiben, weil er Cooldown hat. Aber, warum ist das wichtig? Erstens, es ist kein Damage auf dich. Und zweitens, damit kannst du das Energy Management von diesem Bomb so ein bisschen als Tank steuern. So, ansonsten ist auch noch wichtig hier, wenn ihr diese Kugel natürlich abfangt, am besten mit Immunisation. Und wenn ihr einen Dev-CD habt, dann gegen Ende. Jetzt habe ich erst einen Dev-CD gezogen. Weil jetzt erst ist der Stack auf 10, Stacks 1, ich nutze ihn noch einen hinterher. Und das machen viele falsch. Die fangen an mit Immunisation, oder mit Dev-CDs. Immunisation ist was anderes, weil dann kriegst du erst nicht mal Stacks. Aber, wenn ihr die Dinger soakt, dann erst gegen Ende, sobald ihr alle Debuffs habt, anfangen, Dev-CD zu ziehen, damit ihr dafür diesen Dot habt. So, und das Ganze, was wir gelernt haben, natürlich mit dem Kreis raus, das kostet auch Energie, versuchen wir nochmal umzusetzen. Erstens, diese Pfeile ineinander. Zweitens, wenn ich den Boss ziehe, dann so, dass er niemals, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Mob reinlaufen würde, hier, fängt er den Stomp an, mich zu casten, und Ornda, guck mal hier, Minz hat es abbekommen. Und, nicht viele Tanks können das und wissen das. Ihr als DDS wisst das in Zukunft, dass ihr niemals im Tank stehen dürft, damit ihr diesen Debuff nicht abbekommt. Weil der Tank scheiße ist und nicht rafft, dass man das aufwänden kann. Jetzt kommen wir zu dieser Energy Management Geschichte. Lass den Boss noch ein bisschen am Leben. Und zwar, nochmal die Ordnung. So, jetzt pass mal auf, was passiert jetzt. Charge Storm, ist egal. Und zwar, wird er nur in die Phase gehen, wenn er 0 Energie hat, richtig? Dieser Blast kostet ihn 5 Energie, der Tankstorm kostet ihn 20 und diese Flächen ablegen kostet ihn 30. Da er jetzt keine 30 mehr hat, kann er das nicht mehr casten. Und da ich nicht in dem Mob drin stehe, kann er auch den Tankstorm nicht mehr casten. Das heißt, er kann nicht, oh, das kann er noch casten. Oh, sorry, habe ich falsch gesehen. Oh, doch, kann er doch noch casten. Ich habe mich vertan. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Warte, warte, ich zock, ich zock, ich zock. Aber die, ich habe ein bisschen das, okay, wir reden da gleich drum. Also, sobald er unter, ich glaube, es sind 30 gewesen, er hat da wahrscheinlich jetzt 31 oder was, deswegen konnte er es noch casten. Sabotage. normalerweise liegen hier diese Flächen, normalerweise liegen hier diese Flächen, D-Buff auf dem Mob hast, während dieser Aufleitungsphase, willst du es ja triggern, aber wenn du keine Defensive und keine Immunity mehr hast oder die Immunities für oben brauchst, dann kannst du es für ewig rauszögern. Apropos, genau, du kriegst, oder der Mob kriegt 100% mehr Schaden während dieses Randziehens. Das heißt, zum Pull solltet ihr keine CDs ziehen, außer ihr kriegt am Ende nicht mehr, würde ich euch einfach nicht empfehlen. Zum Pull keine Cooldowns, wartet ab, sobald er in die Knie geht und anscheinend sich aufzuladen, dann kriegt er 100% mehr Damage. Wenn ihr da Damage CDs reinhaut, macht ihr viel, viel, viel mehr Schaden, als wenn ihr sie am Anfang genutzt habt und dann gegen Ende vielleicht nochmal ein halbes Mal in der Execute-Phase. Das macht dann weniger Sinn auf jeden Fall. So, der Linke fliegt schneller, ja, der Linke fliegt schneller. Was heißt, der Linke fliegt schneller, der Linke landet schneller, ne, und dann ist er schneller unten, damit seid ihr oben schneller. Okay, so, das waren auch ein paar kleine Tipps. Jetzt kommen wir zu diesen drei schönen Engelchen. Das sind die, hier, da ist Devos. Devos kämpft gerade gegen Krestria. Das ist die Herrscherin der Bastion und sie will so ein bisschen das Ganze. Das ist übrigens die Tussi, die bei Uta, ne, die langsam böse wurde. Das ist die. Kleine Lore-Geschichte nebenbei. Und wir haben hier drei Abgesandte von ihr. Einmal Astronos, Lachelis und Clotos. Nicht Clotos. Und was die machen ist, die haben so eine Seelenverbindung. Und immer, wenn einer stirbt, kriegen die anderen beiden oder der, der noch verbunden ist, die Restfähigkeiten. Und wir fangen in der Mitte an immer. Und die Fähigkeit, die sie kann, ist einfach ein Tankfrontal, müsste es sein, den man einfach dodgen kann. Das heißt, die kann gar nichts, die ist super harmlos. Da, die Minuendo. Und bumm, da kommt dieser Tankfrontal. Wenn der Tank selber natürlich weg von euch guckt, dann könnt ihr das dodgen. Wenn der Tank scheiße ist und in euch reinguckt, dann wisst ihr selber in Zukunft einfach ausweichen. Hier zum Beispiel, ich gucke jetzt in euch rein, weil ich kacke bin als Tank und einfach nicht stehen bleibe. Und wenn ihr das jetzt macht, pass auf, was passiert. Bam. Alle werden das scheiße, ja, was soll das? Aber wenn der Tank scheiße ist, dann guckt, dass ihr das irgendwie ausweicht oder stellt euch dann meinetwegen dahinter, ja. Aber wenn ihr einen guten Tank habt, dann wird der den andersrum tanken und dann geht das Frontal einfach nach weg. So, das war's. Mehr kann die nicht, äh, äh, Entschuldigung, die Aura von ihr, die die anderen übernehmen werden, ist das hier. Und zwar Oppression. Das bedeutet, umso länger ihr diesen Mob tanken, umso höher stackt dieser Damage-Taken-Increase-Devuff. Und der ist im Moment harmlos, weil, passiert ja nichts. Ja, das ist, die kann nichts, außer dieses Oppression, aber wir kriegen ja keinen Schaden, außer ich. Das Problem ist, wenn wir jetzt Astronos als zweites machen, dann wird auch Astronos diese Fähigkeit haben. Und Astronos kann noch ein bisschen mehr, als, äh, als, äh, die Monuendo-Castener-Dude. Und zwar wird er uns jetzt gleich diesen Stick-Devuff geben. Und da ist er schon. Und er hat einen Speer. Und dieser Speer ist ein bisschen knifflig. Diesen Speer wirft er, Vorsicht, ich werde mal gucken, dass ich gleich ausweiche. Und, äh, er wirft diesen Speer auf den Spieler. Und dieser Speer wird in vier Himmelsrichtungen von sich aus, äh, diese schwarzen Pfützen-Casten. Und da ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, in welche Richtung das geht. Und die Richtung, die entscheidend ist, ist immer, wenn ihr euch den Speer anguckt, dann seht ihr, da ist er gelandet, ja? Die Spitze zeigt nach vorne. Ihr guckt euch einfach nur, in welche Richtung die Spitze zeigt. Und wenn ihr wisst, in welche Richtung die Spitze zeigt, dann wisst ihr automatisch alle vier Himmelsrichtungen. Denn eine in die Spitze, eine nach rechts, eine nach links, eine nach unten. Hier auch. Eine in die Spitze, eine nach links, hier hin, eine nach rechts, eine nach unten. Da hinten auch. Eine in die Spitze, da bin ich safe. Und dann müsst ihr, bevor ihr anfängt zu fehlen, wo safe ist. Nochmal ein Speer. Zack, der regt nämlich hier rein, das muss ich aufpassen. Opa, also, wo wäre safe? Ein in die Spitze, eine nach links, eine in die Spitze, eine nach links, eine in die Spitze, eine nach links. Gucken wir mal, ob wir richtig stehen. Der müsste vielleicht ein bisschen gefährlich sein. Aber daran könnte, oh, ich komme, ich komme, sorry. Und Klothos hat jetzt noch diesen Chart, aber er hat auch noch eine AOE-Fähigkeit, und zwar das hier, Intimidated, dass wir umso länger, wie wir gegen ihn kämpfen, umso mehr Damage bekommen, und umso länger, wie wir ihn kämpfen, umso mehr Damage erleidungsprozentual bekommen von seinem ersten Bruder, der gestorben ist. Und die Speere von dem anderen Boss hat er auch noch. Und hier ist es wichtig, hier zieht ihr CD's, hier findet man normalerweise auch einen Kyriens Speer, und versucht Klothos so schnell, wegzurasieren, wie ihr nur könnt. Denn hier zum Beispiel, Tanks ist gestorben, weil er um 11% erhöhte Schadenerleitung hat. Die Leute sind eh schon low, wegen seinem Aura, weil alle Magie Schaden bekommen, und er hat noch einen Speer gefressen. Und deswegen ist, man kann den spielen, klar, man kann den auch ewig spielen, zur Not, wenn man genug APS hat. Aber es ist halt, guck mal hier, die Leute ticken low, und wenn du dann noch bei diesen 1000 Speeren nicht auf dieser richtigen Position stehst, dann bist du einfach tot. Und deswegen ist dieser Mob so, so, so wichtig. Spart euch alle Cooldowns, das letzte Mal, wo ihr Cooldowns gezogen hattet, war ja in dieser Aufladungshinterfläche von dem großen Goliath. Bis jetzt sind die locker wieder ready. Bis dahin sind die zwei Minuten locker um. Und dann wisst ihr auch, wie ihr in Zukunft spielen solltet, und was die Dev-CDs, oder wie man Dev-CDs ziehen sollte, und wie man offensiv-CDs ziehen sollte. Damit kommen wir zu Devos. Devos ist ziemlich einfach, sehr, sehr straightforward. Es gibt eine Sache, die wichtig ist, und zwar wird sie immer zu einem Spieler hingucken und in die Richtung chargen. Und das ist wichtig, in welcher Richtung man das baitet. Baitet bedeutet, in welche Richtung man das lockt. Denn, Crestia wird zwischendurch, irgendwo auf dem Boden, meistens hier hinten, eine Fläche liegen, durch ihren Speer. Und diese Fläche ist später da, sie. Und diese Fläche ist wichtig, weil wir uns schützen werden vor dem AOE. Und jetzt ist wichtig, guck mal, diesen Frontal habe ich in die Fläche reingebaitet. Das ist gut. Das will man. Denn, wir stehen eh schon richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel falsch baite, wir versuchen das mal, wir baiten mal falsch, stellt euch mal wirklich so hin, dass die an den Rand dodged oder chargt. Das war jetzt wieder gut, das wollen wir nicht. Vielleicht machst du es gleich nochmal. Stell ich mal so hin, dass ihr wegchargt von dieser Fläche. Wie rechts, stell ich mal hier vorne hin. Du auch onder, nicht dahin, nicht dahin, da ist falsch. Komm hier hin. Nein, du sollst es nicht da reinbeten. Aber ist okay, wir haben jetzt diese älbische Internations. Einfach nur damit, ich zeige, genau hier, die Fläche nochmal weg. Warte noch. Wir zeigen das einfach mal, wie scheiße das ist. Ich meine, das war gerade auch schon der Fall. Ich versuche mal, in mich reincharzen zu lassen. Da ist die Fläche. Slayer baitet wieder richtig. Okay, jetzt ist die Intermission, ist egal. Okay, werden wir gleich nochmal sehen. In der Intermission kommen fünf Kugeln von Christia. Die wird gleich fünf Kugeln schmeißen. Da sind sie, ne, von dem Speer selber auskommen die actually. Da sind jetzt vier hier und einer ganz links. Was sie macht, ist die aufzusammeln und einfach in die Mitte zum Speer zu. Das kennt jeder. Und sobald die alle im Speer sind, könnt ihr draufklicken. Und was ich hier mache, ist, bevor ich draufdrücke oder während ich draufklicke, zu gucken, wann hat sie das letzte Mal bewegt. Ich schmeiße jetzt nicht jetzt, weil sie sich gerade bewegt hat. Ich werde erst dann, wenn ich mir sicher bin, dass sie jetzt für die nächsten zwei Sekunden nicht mehr moved. Werden wir gleich nochmal sehen. Hier nochmal die Mechanik, wo der Speer ist. und man sollte sich so hinstellen, dass der Frontal in die Richtung hier, also ich sollte mich als Tank so hinstellen, damit sie durch mich, genau. Das ist, da ist es okay. Ja, da ist es in der Nähe. Das Problem ist nur, wenn sie jetzt, wenn jetzt hier jemand steht und sie wegchargt nach da und jetzt diesen AOE castet, wo ist das Problem jetzt? Sie ist nicht in Range der Milis, sie ist nicht in Range der Ranged, wenn sie zu weit wegchargen würde. Und das ist dann ein massiver Damageverlust. Das wollen wir natürlich nicht. Auch hier wieder, da ist die Fläche, da ist der Runthrough, der ist aber egal, weil wir genug Zeit haben, danach sie wieder reinzuziehen. Und ihr könnt sie in der Fläche tanken, das ist vollkommen okay. Die Fläche macht gar nichts. Die schützt sie auch nicht vor Damage oder so. Ihr könnt sie mitten in der Fläche tanken, haben die Leute uptime, das ist überhaupt kein Problem. Runthrough, auch Bier ist wieder. Und das ist das Einzige, worauf ihr aufpassen solltet. Die Fläche vernünftig drinstehen, sobald sie AOE castet und die Runthroughs in die Nähe der Fläche zu kiten. Hier zum Beispiel stehe ich mich so hin, dass sie dich automatisch, ich will sie ja in der Fläche haben, dass sie in die Fläche jumpt, hier zum Beispiel, ja, okay, habe ich ihn jetzt nicht. Sie hat natürlich vorher die Degenation, weil sie nur einmal castet. Das ist interessant, wenn man die Bosse so lange tankt, statt immer umzufisten, dass die ganzen Fähigkeiten, die sie normalerweise gar nicht mehr macht, in der Reihenfolge gar nicht mehr kommt. Hier zum Beispiel auch wieder der Frontal in Richtung Fläche. Das ist der Debuff, den wird einfach, sobald man den disbelt oder sobald der ausläuft, hinterlässt das eine Fütze, die ist aber halb so wild. In dem Fall werde ich sie ganz außen beten und werde wieder die Kugel sammeln, die ich gerade gesammelt habe und jetzt kommt das, meine ganz äußere Kugel, die äußerste von außen und jetzt gucke ich, während ich die Kugel schon reintrage in den Bosse, da hat sie gemufft, 3, 2, 1, jetzt wird sie gleich nochmal muven, 3, 2, wo ist die Kugel? 1, jetzt wird sie nochmal muven, da ist jetzt Kugel, 3, 2, 1, wird sie nochmal muven. Das werde ich jetzt nicht schmeißen, ich hätte daneben geschossen. Jetzt schmeiße ich, also ihr zählt einfach innerlich runter, die ganze Zeit, bevor ihr wirft. Wenn sie gerade, während ihr es aktiviert, frisch gemufft habt, könnt ihr natürlich sofort schmeißen auf die neue Richtung, da wird nichts passieren. Ja, und dann habt ihr mehr und weniger alles gelernt. In den Demission kommen natürlich diese komischen Wolken von oben, die dodgen, weil umso mehr ihr davon fresst, umso höher stackt dieser Magie-Debuff, der euch Damage macht. Den kann man dispelten als Heiler, aber ihr wollt den Heiler natürlich ein bisschen entlasten. Damage-Technik ist nicht so viel zu tun, deswegen solltet ihr auch als DD so ein bisschen gucken, dass ihr sowas wie Portale nutzt, dass ihr sowas wie unterstützende Heilzauber oder Def-CDs nutzt, damit der Highland-Dentermission nicht zu viel Mühe hat. Ansonsten war's das. Dann seid ihr hoffentlich am Ende natürlich nicht so over time wie bei unserer Erklärung. Mit Sanguine ist natürlich auch Spires nicht so geil geeignet. Ich würde euch raten, wenn ihr Sanguine aufgrund des Guides das erste Mal wirklich ernsthaft betreten wollt, eine Nicht-Sanguine-Woche, äh, Spires, eine Nicht-Sanguine-Woche dafür zu nehmen, damit ihr die Mobs genau so beachten könnt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß dabei, auf dem Schritt zum KSM auch diesen Key in Time zu spielen. Als Tank, als Highland-CD, wisst ihr genau, wo die Baustellen liegen für die jeweiligen Rollen und könnt sie dann damit unterstützen.